Ja, hallo, hallo, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wieder Eure Mastestor und zwar mit einem weiteren Unboxing-Video. Das Ganze kommt von... Weilen wir das Ganze jetzt mal aufmachen hier. Ich finde diese Farbe immer sehr schön, weil es so schön einfach und so schön schnell geht. Ups, schwupps. So. Gucken wir mal rein, ja, da war ein Zettel, lassen wir mal kurz raus. Also hier haben wir erstmal den Brief. Jo, und hier haben wir die Folie auch schon. Schwupps, hier oben steht es auch nochmal. Dein Design. www.dein-design für das Apple iPhone 3GS. Die habe ich jetzt, ähm, konnte ich, habe ich mir in dem... Ähm... Modus da, kann man sich selber welche erstellen lassen oder fertige benutzen. Machen wir mal kurz auf. Ob hier noch irgendwas drin ist. Nein, das ist nur diese eigentliche, eine Fülle. Gut, also wie wir mit folgen, das ist hier die Skin. Jo. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Man sieht sich oder mich und ciao. Okay, dann ja. Vielen Dank.